ja hallo grüß gott zusammen ein persönlich abgegebenes paket der auftraggeber hat sogar ein frisches päckchen besorgt gekauft ist eigentlich nicht nötig es langt auch ein schuhkarton wir haben hier einen vl vier seiten habe ich bekommen dann holen wir doch ach das ist einfach nicht die ausgedruckte e mail aus limbach der karsten ok wunderbar dann gehen wir es an dann hole ich mal das gerät raus so das kommt zur seite dann haben wir noch unsere unterlage dann gucken wir mal tatsächlich steht sich hier nichts betätigen lässt sich das display dann möchte ich einmal den ist zustand ansehen alle schrauben sind drin ja gut die beschädigungen sind hier vorhanden aber jedoch minimal der handgriff ist nicht geplatzt oder gesprungen der kolben der saugbehälter sieht auch noch intakt aus gut lange räder kurzer sinn dann gehen wir erstmal an der filter ist frisch einen neuen braucht man nicht anzubieten dann kommt erst mal der akku raus ich guck mal ob ihr das alles erkennen könnt ja so akkuschraube 1 akkuschraube 2 so an die unterhaltung erinnere ich mich eigentlich gut weil der herr mir gestern geschrieben hat und heute auch schon vorbeigebracht hat er hatte hier im taunus einen termin und konnte das abgeben ich persönlich war abwesend aber empfangen konnte das gerät trotzdem noch so die serie nummer 38 ok passt dann kommen hier noch die zwei schrauben raus dann können wir den big zyklon abnehmen in der hoffnung dass das gerät nicht schon mal geöffnet gewesen ist ich möchte mir mal angucken wie sich das rausschieben lässt ich habe die schrauben jetzt rausgenommen das genau das wollte ich mal ansehen das gerät ordentlich gereinigt vielen dank hierfür auf jeden fall ist das eine sehr gute und angenehme arbeitserleichterung ein weiterer vorteil ist dass das gerät nicht verschmutzt wird bei der lieferung das tun wir hier auch ab eine rechts vier an der zahl sind es könnt ihr das so sehen hier wäre dann die zweite der karsten der karsten hat mich auch durch youtube angeschrieben übrigens wenn ihr fragen habt zur reparatur oder zu allen anderen fragen wo ich helfen kann schreibt diese in die kommentare ihr könnt auch die e mail nutzen die in der beschreibung angegeben ist ansonsten antworte ich gerne wenn ich irgendwie behilflich sein kann setzt ruhig eure fragen rein das bin ich mal ab wenn das gerät schon mal geöffnet ist können wir das auch abpinseln und ja solltet ihr fragen haben zur reparatur oder andere fragen gerne e mail funktion kommentar nutzen ansonsten würde ich mich riesig über einen daumen hoch freuen gerne könnt ihr das video teilen an freunde und verwandte die vielleicht so ein problem haben ich empfange geräte gerne repariert diese zeitnah und innerhalb von 24 stunden ab und somit muss man nicht lange auf das gerät warten als beispiel bei diesen wenn man das einsendet wartet man sechs wochen sechs acht wochen und dann bekommt man das gerät mit einer anderen seriennummer zurück so sieht das innenleben aus das binsel ich auch gleich mal alles ab und 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 den schalter nehme ich auch schon mal ab dann haben wir hier die stromversorgung akku 1 2 versand ich der karsten hat das jetzt vorbeigebracht weil er einfach hier in der nähe war das ist alles schön und gut das kann man auch so tun aber ich persönlich stelle mir dann die frage wie viel zeit muss ich für die fahrerei aufwenden wie viel sprit kostet mich das und ist das im verhältnis als information hermes päckchen kostet 5 euro 90 oder 99 und ist nahe von zwei drei tagen in der regel auch angekommen und da muss man sich persönlich die frage stellen was ist ein mehrwert das fahren und persönlich abgeben was okay ist und auch die regel und oft gemacht wird oder man versendet es und ist ja sowieso dann innerhalb von 24 schon zwei drei tagen angekommen und repariert innerhalb von 24 stunden und somit ist das ja auch wie sagt man allen parteien geholfen da braucht man nicht lange zu fahren und reparieren wir das ja immer noch weil ich bis spät in die nacht arbeite ich habe mal ein gerät repariert es war 3 uhr morgens hin und wieder ist es so dass ich nachts einfach in die weltstadt steige löte schweige 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 schweigen sowieso schweiße oder auch löte schweiße schraube genau schraube das wort hat mir gefehlt und dann erledige ich diese arbeiten die mir einfach gut tun und dann fahre ich zu der eigentlichen arbeit hier kommt jetzt der schalter und siehe da die bewährte und bekannte bruchstelle für den kasten werde ich jetzt eine verstärkte version einbauen übrigens für alle die entsprechend wenig ahnung haben oder sich mit dem thema nicht auseinandergesetzt haben das ist die erste generation an den schaltern das ist die dritte generation von den schaltern da gibt es noch eine zweite generation ich blende euch wenn ich das bild finde jetzt in das video ein und online bekommt man diese dritte generation nur senden selten bei ebay amazon ist das fast unmöglich da kriegt ihr nur diese zweite generation geliefert und dann könnt ihr selbst entscheiden ob das für euch wichtig ist oder nicht wichtig ich biete diese schalter auch einzelnen verkauf an ihr findet die information in der video beschreibung und sollte jetzt neu zugeschaltet haben könnt ihr gerne mich abonnieren den kanal oder mich anschreiben bei weiteren fragen gut hier habe ich jetzt die taste ersetzt ich überprüfe noch die leichtgängigkeit nicht dass das klemmt oder hakt richtig die kabel entsprechend aus damit man später hier keine gefummeln arbeit hat so und jetzt rein in das gemüse wunderbar wunderbar so dann drücke ich das hier an und wird auch gleich verschraubt seid achtsam bei dieser verschraubung vom schalter hier kann es gerne brechen das heißt wenn ihr hier oben drückt kann es hier unten schon gebrochen sein also nicht bis zum ende wie verrückt hier drücken einfach in die temperatur senden und sich einen neuen schalter einbauen lassen gut das ist erledigt dann kommt hier die kabelbrücke rein die kabelbrücke setzen wir genau so rein wie die auch demontiert worden war ich gucke gerne mal auf das display ob die aufnahme läuft und tatsächlich ist das auch so und dann bin ich auch beruhigt oft ist das so nämlich so wenn man die kamera laufen lässt dass das dann entweder falsch eingestellt ist und nicht ordentlich mit filmt oder hier ist es wichtig zu beachten dass hier die kabel ordentlich in der führung sind und nicht geklemmt oder gequetscht werden dann haben wir hier noch die nasen die natürlich hier mit einsetzen und dann die schrauben mit einführen was habe ich gerade gesprochen das weiß ich jetzt gar nicht mehr okay wir verschrauben jetzt den kabelkanal so ich hatte gerade einen besuch da schalte ich die kamera gerne aus die kabelkanal habe ich schon festgeschraubt jetzt kommt der motor rein grundsätzlich ich habe hier ungefähr ich weiß nicht in den letzten zwei drei monaten vielleicht 40 geräte repariert wo die leute einfach hier den schalter abgebrochen hatten oder auch hier die stromversorgung und sich dann an mich gewandt haben grundsätzlich erledige ich das gern aber auch hier eine kleine information solltet ihr da wenig ahnung haben am besten nicht angehen weil es könnte etwas teurer werden als nur den schalter zu ersetzen und deswegen rate ich davon gerne ab wenn man nicht so die ahnung hat ich schraube schon ich sag mal an den elektro einheiten platzinen seit meine kinderzeit und bin damit aufgewachsen ich habe das auch irgendwo gelernt und aus dem grund kenne ich die ganzen schalter schalteinheiten schalteinheiten konservatoren etc pp aus dem ff ich habe schon radios zusammengebaut von null auf an satellitenreservatoren geschraubt die entsprechend auch programmiert und fixvenzen installiert aus dem grund wenn die schraube los da ist auf jeden fall könnt ihr das machen wie ihr wollt sollte das bei euch nicht funktionieren könnt ihr euch gerne an mich wenden ich repariere euch die geräte gerne und gewissenhaft alle arbeiten sind legal mit sozialabgaben und versicherungen so das war eine kleine werbung in eigener sache jetzt kommt die versorgung von der schaltereinheit so weiterhin schaue ich immer dass hier nichts gequetscht ist oder nichts lose rumschwabbelt wenn man einen deckel reinsetzt kann ein kabelbruch drohen oder eine quetschung und deswegen immer gut darauf achten dass hier nichts gequetscht ist und ordentlich fixiert gut wir haben hier noch die zwei schrauben einzusetzen dann hätten wir auch die arbeit erledigt ich zeige euch mal ach ihr seht das hier zum beispiel hier bei diesem gerät war eine reparatur nicht mehr möglich ich zeige es euch noch ein bisschen näher klar die geräte durchlaufen so einiges in der arbeitswelt aber das habe ich noch nie gesehen auch hier diese fixierung ist auseinander gebrochen das heißt was man hier zum beispiel sieht ist hier ganz anders und größer aber gut alles in ordnung das ist hier ein arbeitsgerät und damit wird gearbeitet gut der zyklon wird jetzt eingesetzt ich achte gerne hier auch auf die führung es soll ja alles eigentlich vernünftig auch befestigt sein und das wird hier auch geleistet so das sind die letzten zwei von sechs schrauben nach fest kommt ab auf jeden fall das nicht vergessen und hier die vier eins zwei drei vier und entsprechend mit fixieren mich wunderts dass der filter frisch ist der ist hier wirklich sehr frisch normalerweise achten die leute gar nicht drauf auch hier empfehle ich die filter grundsätzlich einmal im jahr auszutauschen natürlich je nachdem wie viele arbeitsstunden man hat weil die dinge die kosten nicht viel die kosten 15 20 euro wichtig ist eigentlich dabei dass der motor entsprechend gereinigt wird und so ein filter kann diese aufgabe sehr ordentlich erfüllen gut jetzt haben wir hier den akku alles ordentlich und achtsam reinsetzen eine schraube und die zweite das wird jetzt noch fixiert und dann hätten wir die arbeit eigentlich schon erledigt so habt ihr neu zugestaltet zu diesem video könnt ihr gerne den kanal abonnieren abonnieren ist bei youtube kostenfrei und falls ihr eine reparatur interessiert seid oder es durch mich machen lassen möchtet könnt ihr gerne das gerät mir zusenden die e mail habt ihr auf jeden fall in der beschreibung die setze ich da rein und schreibe mich an ich kann auch gerne telefonieren und eine reparatur ist innerhalb von 24 stunden erledigt mich erreichen einige packchen aus diesem grund sage ich immer wieder gerne legt einen zettel mit euren daten und auch eine rufnummer rein und dann ist alles in ordnung gut die reparatur ist jetzt zu ende wir gucken dass es funktioniert das display lässt sich hier schon betätigen also haben wir eine vernünftige stromzufuhr und hier ist der schalter wunderbar auch diesmal eine gelungene arbeit eine erledigte arbeit vielen dank für die arbeit und für das vertrauen ihr könnt auf jeden fall einen daumen hoch setzen eure meinung drunter und bis zum nächsten video alles gute euch bleibt gesund bis demnächst ja